Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Maps mit dem Marvin Moinsens Und dem Alex Hallo Hallo, der da grad schön schwimmen geht, hier ein bisschen FKK schwimmen, wie siehts aus? Ich seh nichts hier drinnen Ich auch nicht Ich hab das Level übrigens geschafft Ja dann mach doch Slash GIF deinen Namen und dann irgendwie Torch oder so, dann können wir ein paar Torches hier setzen, weil ich seh nichts Also ich seh was Da gehts rein? Du siehst was? Ja hier gehts rein, hab ich auch erst Warte, ich seh gar nichts Aber ich seh jetzt hier, jetzt bin ich irgendwo und ich seh nichts Ich lauf euch nur nach Ja Warte mal Ich seh das Jump, ist hier ein Jump'n'Run? Ja Ich sehs nicht Was für Jump'n'Run? Ich seh nix Ich auch nicht Ich bin schonmal neu Bin ich nicht richtig? Ah ne ich bin beim Anfang scheiße Ich seh gar nichts Ich seh gar nichts Ich seh das nicht Ja, aber ich Ah hier hier, ne Leute sag mal Seid ihr, seid ihr blind? Video setting Alter man sieht nichts Ich spring Sebi nur nach Brightness bright Ey ich seh trotzdem nichts Keine Ahnung, ich seh nichts Ich auch nicht Ey mach mal Slash GIF Äh Torch Ja, mach mal Facken raus Wir können das Level nicht machen Ja weiter Genau, ich seh irgendwie nichts hier Ich bin gleich oben hier Du darfst voll den Facken raushauen Du kannst dich hier nicht runterhauen Ja, warte Ist ja scheiße Ich bin oben Ja, dann schmeiß Facken runter Okay Äh, warte, wie macht man das? Slash GIF Leerzeichen Ja, muss man überlegen Ja, muss man überlegen Oh nein, ne T Ähm, was haben wir hier? Slash Ähm, zwei Slash hab ich jetzt gemacht GIF Ja, das will ich ja gar nicht Ich will Du hast Punkt Slash geschrieben Ja, ja, ich weiß Hat er ja extra gemacht Ich hatte ja eh nicht, nur damit er sieht Habe ich gemacht Aha Weil ich hab mich ja nicht mehr geopt, ne Ja Wieso wohl? Torch ist keine gültige Zahl Ich muss ja ihnen eine Zahl eingeben Oh ja, dann mussten wir die Ja, dann gehen Creative Mal einfach Slash, äh, Game Mode Ja, ja Alter Jetzt schmeiß endlich Facken runter, Sebi Ja, warte, ich bin noch hier dran Ich bin noch hier da am Arbeiten Ah, Hilfe Hey, Marvin Schieß mich damit ab und du bist tot Hier, ich erleuchte uns den Weg, hier Ja, ich seh nix, die brennen nicht Siehst du das? Baumaterial, Dekoration, Redstone Beförderung, verschieden Glowstone runter Ja, ich, ich, ich such hier grad ne Fackel Ja, schmeiß Glowstone, schmeiß irgendwas als Leuchte George, fuck Da ist ne Fackel Ja, hau rein Na, glaub runter Mit Q gehst du dir ab, glaub ich, ne Klopp mal ein paar raus Oh, 10.000 oder so Äh Ja, Fackeln Ich hab noch keine Fackeln, ich will auch Fackeln Ich hab zwei Fackeln Ey, wie geht die an? Ah, geil Oh, wo ist die? Ich seh nicht Hey, wo ist die Fackeln hingesetzt? Ah, da Da ist mehr Fackeln Ich seh trotzdem in mir nichts Das ist nicht Das ist nicht Meist mehr Fackeln, Silvi Wir müssen alles erleuchten, warte mal Ähm, du willst du... warte mal, kann ich hier was abbauen? Ich denke mal, das liegt an meiner Kraft an dem Texture Pack oder so Ja, warte mal, ich ändere mal kurz das Texture Pack Okay, das baut doch nichts ab hier Ne, ich hab versucht, ähm... Hau mal kurz, bitte mehr Fackeln raus Ja, Alex, spring doch dahin, du kannst doch schon mal hinspringen Wo denn hin, dahin? Ja, und jetzt dahin Ah, jetzt seh ich auch was Ja, ich nicht Ich glaub, du musst das Texture Pack zu ändern Ja, du musst das Texture Pack zu ändern Ja, du musst das Texture Pack zu ändern Ja, ja, ja Kein Bock, um das Texture Pack zu ändern, hau mal Fackeln raus Oh, Alter Alex, spring doch von dem Block da runter Nein, ich weiß ja nicht, wofür ich bin Ja, Sebi soll erst Fackeln raushauen Ich glaub, überall Fackeln hin, Sebi Ja Ah, jetzt Auch hier unten noch welche Oh, dann hört man auf den Sprüchen Fuck Alter, Alex, du stehst hier übel So, jetzt ist das aber ziemlich ausgeleuchtet Also, ich seh immer noch kaum was Ich geh mal kurz ins Texture Pack Wieso seh ich denn dann was Kinders, ey? Ja, weil du ein anderes Texture Pack hast, als wir Ach so Wir haben das meine Kraft Ich hab einfach mal kurz die Fold geladen Ah Hast du auch die Fold geladen? Ja Ja, ja, klar Dann sieht man noch was, ne? Ja Hm Ist hier das Ziel? Ja, ist das Ja, Marvin ist durch Ja, kein Problem Ich bin, Marvin ist generell durch, das ist klar Aber Oh, ja Oh, ja Komm, Alex Das packst du Ach doch Das Marvin Marvin, hör auf Sonst wirst du sofort wieder gekickt Ich hab da echt keinen Bock drauf Ey, Sebi, hast du letzt... hast du Minecraft angeguckt? Hast du das, was Sebi hochgeladen hat? Guck dir erstmal an, da hat Sebi immer wieder weiter schießt Hast du so, so'n fetten Error auf Sebi Ja, das ist richtig kacke Irgendwie Looped, äh, Patch oder so Ja, ja Hab ich nicht gesehen Alter, ich bin so... Alter, Alex, du kannst einfach gar nichts Ist dir dein Gewinn an den Doof Guck mal, ich pflanze hier noch ein paar Fackeln hin Ja, ich seh jetzt alle schon, keine Sorge Alter No comment Na, ich hab schon noch nächste Level geschafft Marvin Marvin, bleib mal Ach, das war egal Ja, ich komm wieder zurück Ja Ja Doch, mindestens noch die ganze Folge, bis ich hier durch bin Lass dir Zeit, ist okay Ja, geh doch weg da Wo sie, wo sie denn jetzt sind Ja, ich glaub dahin Ah, fuck Oh, Mann Der dreckige Doppel-W-Sprung Ehm, auf'n Patch auf'n Sack Das war nicht mehr normal Guck mir nicht so scheiß an Ich seh das doch Marvin Ja, ja Alter, pack dein Schwert weg Pack dein Schwert wieder ein Machen wir den Kriegungblick aufgesetzt Ja Alter Er hat sein Schwert rausgeholt Alter Ich hab, ich hab keine Oh ja Seine lange Lanze Seine lange Lanze Ja, Justus Doppel ist nicht dabei Weil jeder keine Zeit hat Ja Der, der, der Big Workguard Der Mongo Der fette Mongo Der fette Mongo Der fette Mongo Ei, Jungs Aber du bist schon mal nah dran, ist doch schön Du hast schon mal die ersten drei Sprünge hast schon mal geschafft hier Ja, ich war eben von fast ganz so Ja Der macht diesen Doppel- Der macht diesen Doppel- Der macht diesen Doppel-Sprung manchmal aber nicht Das hast du ja auch erst mal gesagt Ja, klar Das kacke richtig an Dann, wenn der auch immer dann So, diesen nasser Sack da runterfüllt Ja Und das war, wenn du, wenn du halt schwingst Dann kannst du nicht mehr zurück Schön Ja Ja Nein, das ist doch kacke Sag mal, ey Komm, jetzt aber Marvin Marvin Was ist? Höre auf Kannst du dich irgendwie anfeuern oder dass er gleich klatscht dann ja Ja, wir folgen dich ja Anfeuern? Okay Ich hab ja nen Bogen, der macht Feuer Marvin Marvin Okay, mach das Ich fahne dich ja Ja Nee, wie kriegst ich nicht backen, wie ich die gegen Und die klatscht sich dann wieder selber Das kann natürlich sein, ja Boah, jetzt wohin? Dahin Und jetzt hier rüber Ja Yeah Hey 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 Marvin, hast du hier Gold abgebaut? Nein Habe ich nicht Okay, warte ich mach nen Texture Pack mal wieder an, das sieht der Unterkacke aus Ja, ich lass das jetzt einfach so Level 26 Was mach ich denn mehr FPS? Weil das ist immer perfekt bei mir Ja, irgendwie so Noi Oh, Zauber Zubi Noi Fucker kleinen ersten Sprung Ich hab's direkt beim ersten Mager geschafft Fake Braitze Mich nicht Haa Was für'n Sound, Alter 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 Schon wieder geschafft hier, du Wo geht's denn weiter? Ach, geht doch Bro, da kam heute richtig komisch um uns, Alter Ich bin auch da Ich muss ja mal nen Sound wiederum stellen Hast du Checkpoint an? Ja, ne? Dann setzen wir mich mal direkt in Creative Mode und gucken dem Alex zu Dann hocken wir ja Komm Alex Tu es Drückt ihr beim Landen immer Shift? Ja Ne, mach ich nie Oh, Alex, Alex, Alex Halt's Maul, Sebi Halt's Maul, Sebi Ja, passiert Ja, passiert Kein Bock mehr ins Trickspiele, Alter Kein Bock mehr ins Trickspiele, Alter Kein Bock mehr ins Trickspiele, Alter Oh man! Eier, Marvin hat da hinten Humvee Sonnen. Wie kann man denn nicht darauf landen? Dreckiges Huren, so ein drecks Art geficktes Jurenspiel, Alter. Sicher kann man darauf landen, du hast es einfach nur nicht drauf. Halt zu mollen, du hast das Spiel wieder gesheatet oder so. Ich hab gar nicht gesheatet. Wieso hast du denn gestern Nacht um 2 Uhr Mike auf der Texte geguckt? Ja, ja, ist klar. Ja, hat der echt? Ja, hab ich gar nicht. Ach komm, Alter. Meine W-Taste ist kaputt oder so. Das Spiel ist so dumm. Ach, jetzt ist seine W-Taste kaputt, okay? Ja, das Spiel ist so dumm. Ach, ach, ach. Die W-Taste ist ja kaputt, ja, klar. Marvin, hör auf mit der Scheiße. Schieß ihn bitte ab, Marvin, so oft du kannst. Ist eh zu dumm, mich zu kicken. Hallo, hat er getroffen?